Ah doch, ich denke mal schon, das wird cool aussehen, hoffe ich. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht, ich bin gerade etwas unentschlossen. Wieder mal, wie immer. So, wir hauen uns noch ein paar Äppel rein. Ach so, wir werden auch gleich mal, wenn es dunkel wird, was ja auch nicht mehr allzu lang ist, da drin schlafen. Sind wir den Boden noch ein bisschen weiter entfernt? Vielleicht schaffen wir es da einzuschlafen dann auch und nicht Hilfe, Monster in der Nähe. So, pass auf, dann geht es jetzt hier. 54, wir haben ja hier noch was. Oh, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. 54, ich glaube das reicht sogar. 14. So, pass auf, dann gehen wir jetzt, ja, erstmal durch die Wand natürlich, ne. Gehen wir jetzt erstmal zurück. Na. So, dann können wir da noch Scheiben einsetzen, denke ich. Ja, 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 das war ja auch eigentlich so. Ne, da geht ja die Wand jetzt hinterlang, ne. So, pass auf, wir bauen erstmal ein Bett. Wolle habe ich mit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, pass auf, dann machen wir erstmal die Wand hier zu. Äh, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pass auf, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier einen Dreierdurchgang hin. So, dann kommst du hier raus, ne, verstehst du, verstehst du, hm? Ja, solltest du eigentlich, ne. Ich sollte mir echt mal ne Schere mitnehmen. Scheiben haben wir hier. So, dasselbe machen wir jetzt hier auch noch. Damit es so halbwegs symmetrisch aussieht. Na. So, und dann gehen wir jetzt erstmal pennen. Hoffen, dass hier nichts spawnt in der Zeit. So. Es ist ja schon irgendwie, ne. Kommt so in die Richtung, wo ich hin will. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, dass hier oben machen wir weg. Das gefällt mir jetzt nicht so ganz. So, pass auf. Jetzt haben wir natürlich die... Doch, wir haben noch 6 Treppen. Die reichen hinten und vorne nicht. Haben wir hier noch welche reingeparkt? Tröpenhölz. Das... Ach, guck mal, da haben wir auch noch Glimmer. Gut, dann überschütten wir uns jetzt mit Glas. Ist egal. So, nichts verkommen lassen. Ach, nee, das ist Eichenholz. Ich habe da irgendwo Tropenholz gesehen. Da. So, das reicht aber auch. Wie gesagt, die meisten wissen eh, was es werden soll. Ich weiß nur nicht, ob das mit der Treppe hier so wohnt, ne. Oh, hier liegt auch noch Wolle. Ne, warte, warte, warte. Machen wir anders. So, da müssten wir theoretisch bis hier hingehen. Und auf der Seite nochmal. So, jetzt brauchen wir die... Erde. Ähm, Erde. Erde. Erde, da. das ist wie gesagt so habe ich noch nie gebaut so wirklich das ist jetzt alles mal zum ausprobieren aber es wird groß wie man sieht es wird sehr groß so wo das geht ne 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 nicht auf den ecken hier so gas geben so weißt was es wird weißt es weißt es weißt es ich weiß es du auch ja wir schauen es gleich von unten an und ich hoffe die treppen reichen aber noch 64er stack ja haben wir so pass auf dann machen wir das nämlich hier so dass wir das hier auch nee das noch nicht wo könnte man vielleicht als kamin stehen lassen ne so hat schon stein lalala und lalala so dann machen wir dort auch dichte hier und dann haben wir das dicht da überlege ich mir noch ob wir das so hoch flach lassen ja es war natürlich jetzt ganz schlau ich bin echt neugierig wenn wir gleich wie es aussieht ich hoffe mal das ist jetzt richtig getimt hier unten alter verarsch mich nicht ne ich glaube wir kommen nicht hin fürchte es aber das hat nichts zu sagen so im endeffekt wird es doch darauf hinauslaufen was ich am anfang vor hatte weil ich weiß gar nicht lassen wir dann ich denke mal keine ahnung 36 haben wir jetzt noch die müssten reichen so so dann jumpen wir mal runter hier haben wir noch eine schaufel mit sollten wir eigentlich da sieht ein bisschen mächtig aus oder hmmm was ich jetzt gebrauchen könnte wäre äh warte mal haben wir nicht mit ne haben wir nicht mit fichtenholz haben wir unten noch fichtenholz alter warte mal ich glaube der moment äh playback random der spielt irgendwie alles hintereinander hier so obwohl das können wir auch anders machen wir nehmen die ach komm wir machen die auch noch weiß nicht ob die reichen aber ich gehe mal von aus so guck mal passt genau so 26 dann gehen wir noch mal hoch hoch immer irgendwie mal ein club schutz macht sich gerade selbstständig äh was ist das so kurz sagen was fliegt denn hier rum die haben wir auch noch so ich möchte jetzt nicht ganz nach vorne setzen sondern eher so äh äh ja nimm ne axt geht schneller so dass wir die hier so reinsetzen haben wir an haben wir an an dreiter stelle so dahin na setzt ruf so na daneben egal dann passt der jetzt wohl jetzt hätte ich gerade ne idee gehabt und zwar machen wir die so so ne ne machen wir später ich habe auch keine glowstones mit jetzt ist auch die axt ach wir hatten noch eine mit ich weiß nicht ob man hier jetzt äh ob das aussieht wenn man hier ach hat man unten die lücke zwischen ne ne das ne das geht nicht oder 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 man macht hier ne ich denke mal das reicht so weil man weiß was es sein soll ne da bauen wir hier noch ein paar bänke hin und dann hast du noch so eine kleine überdachte Außenterrasse wo sind wir denn jetzt warte mal eben kurz jetzt mal eben kurz schauen wir sind bei ne wir haben noch ein bisschen Zeit ja wir sind bei ne wir haben noch ein bisschen Zeit ist also eine ganz neue Zeitrechnung so dann machen wir das so ich finde 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 das sieht hier so ein bisschen komisch aus ne oder und beleuchten das erstmal ein bisschen hier hier machen wir später weiter erstmal auf wir gehen jetzt erstmal pennen und dann schauen wir uns das gefällt mir aber nicht so wirklich nicht wirklich da müssten wir eine andere Umrandung machen wir müssten nämlich theoretisch auch hier Ficht zwischensetzen ja da gehen wir jetzt erstmal pennen und dann gehen wir noch ein bisschen Holz klopfen so lass mich mal überlegen wir haben draußen noch Fichte dann holen wir jetzt ach guck mal da er hält gerade ein Skelett seine Umgebung wie cool wie cool pass auf dann holen wir jetzt nicht nur Fichte sondern wir kloppen hier noch ein bisschen Holz weg weil wie gesagt wir wollen das ganze hier noch ein bisschen angleichen auch guck mal so hässlich ist es nun auch nicht ne es ist was anderes so dann machen wir mal eben die Axt kaputt die Axt im Walde ich glaub hier kommt immer nur die gleiche Musik aber viel brauchen wir eh nicht davon jetzt zumindest nicht von der wo ist denn Erde ja na da brauchen wir doch zwei lalalala so dann lass uns hier oben noch ein bisschen Holz weg holzen hätte ich fast gesagt kloppen ich werde auch gerade so ein bisschen ruhiger besinnlicher ist gut für eure Ohren wenn ich auch mal weniger rede man ich rede sowieso ich weiß nicht rede ich eigentlich zu wenig nicht rede ich zu viel schreibt es doch mal in die Kommentare würde mich jetzt echt mal interessieren lalalala ich weiß auch gar nicht warum ich das ausgerechnet jetzt mache wahrscheinlich weil ich hier die Baumschule auch mal